so ihr lieben zurück bei einer neuen runde los und zwar machen wir die quest hier ich wollte eine quest abschließen dazu müssen wir ja das ist die genau erst mal die obwohl die eigentlich unwichtig ist aber ihr nehmt die war mit weil ich mal hier bonus und zwar den blut natürlich und sowas million auf die maler dinger konfrontsicht noch nicht schlecht müssen wir dazu nach ikea standort die quest wird jeder hassen also oder zumindest das was wir machen müssen dass wir warum hängt denn das so ich war ja hier und zwar ist das angeholt ich bin wenn es nicht gleich geht dann ich denke mal schuld ja lässt er mich jetzt er kennt mich durch youtube hallo lieber hans peter dann sei gegrüßt in meinem video dann liebe liebe grüße hans peter wir müssen eigentlich zu den normalerweise gibt man ja hier draußen und wir bräuchten ja auch ich weiß jetzt gar nicht auf ikea genau diesen höhe also alles rein alles rein was geht die miete zahlt ja eigentlich wollte ich ja aber die quest machen wollen wir mit ja ich bin nicht so schneemann aber drin ist das haben wir drin das haben wir haben glaube ich wir müssen sehen auch mit ihr überhaupt gleich kommt dann an kam aber ich würde sagen ja normalerweise hätte ich kann ja gut wir hätten ja eigentlich die rüstungskraft machen warum tun weh machen sollte man vielleicht die quest späne machen so aber dann könnt ihr euch bestimmt anker vorstellen das ist aber bestimmt mega groß mega hoch da ist man aber ja gut dann würde ich sagen machen wir doch die ja gut die wird auch nicht einfach werden das wird die zwerbung der rüstung kriegen und zwar die hier und da müssen wir nach 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 trankesal und zwar wir haben ganz schön machen wir können ganz schön die haben ganz schön reichen müssen wir nach trankesal und zwar nicht da wo die klüge habe glaube ich sondern zu den anderen eingang der links daneben da sollten da sollte der bus sein sollte wir haben auch gleich sehen werden wir gleich sehen und zwar hier meistens wisst ja ja dann ganz hinten sein hier bei dem ich will euch nicht ich will zu das da war doch also den eben also da hinten war ja da hat man ja bei der letzten und ich kenne dann bloß hier hinten noch hier kann ich dann bloß sollten das sein oder ist da hinten beim bei der dann sagt man gleich bei der bei der bei der die oder wie es nicht zugleich wird er bei den ist der dauerung entweder auf einmal um da kommt uns alles so eine nase wurde die multi wo habe ich denn jetzt meine auch die habe ich doch habe ich die echten ins lacher gepackt da schon über den fach muss ich da kommen ja die habe ich wahrscheinlich die 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 bastiger habe ich den zwar auch jetzt kommt doch ja echt jetzt leider unsere papps raus und dann muss man hoffen das ist überhaupt der richtige der antrag nervt doch noch mach doch mal ja das geht dazu recht jetzt war es mich ja schmerz der mehr da dauert ja auch so lange nein ich will den hat er sich jetzt wieder vollgepufft da ist noch voll ich will sie noch nicht bin ich habe das kann ja dauern nein und er zählt nicht das ist nicht doch ich stehen wir zehn stunden und dann ist es doch ich doch herr und ist so ein chip es war jetzt so ein chip da kann man jetzt nur der hat schon mal nicht gezählt da können wir jetzt zwischen wobei den 100 also bei den pfingsten geistung also alias pfingste gucken und so habe ich keine ahnung also ich habe ein admin gefragt er hat gesagt da oder bald war das kann man echt jetzt bloß bei den pfingsten vorstellen ohne jetzt habe ich mich festgepackt schon jetzt wieder mal in den spiel wo ich mich hier fest packen toll und das alles im video alles im video ist ich habe mich gerade ein bisschen aber ja es ist jetzt machen gehört zum spiel und ich möchte gerne die rüstung haben noch mal wo ich kann jetzt ohne dass wir hier gleich die nase vollkrieg ich habe immer hier oben lang ich dachte schon bitte ja was ist denn nur ja 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 da ist es das ist das und dann ja ja ich kann man nur hier vorstellen das hier doch ehre ist hier ja ja da ist er es ist aber nur der arme post ich brauche waffen das ist nur der arme post na gut ihr lieben ich würde sagen da machen wir hier einen kleinen cut bestellen wir sagen wir mal hier diesen bisschen hoch stellen wir uns mal hier hin machen kleinen cut sehen uns in der nächsten folge wieder wenn nicht dann leveln wir einfach weiter dem dann die antwort ist alles klar mekata für euch und tschüss